Jo Leute, was geht da? Willkommen zum Kanal OsanTV und ja Leute, ich hatte vor ein Gaming Setup zu bauen und zwar da in die Ecke. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das bei mir gerade aussieht. So sieht es auf jeden Fall gerade aus. Also Tag zu Tag werde ich euch dann auf jeden Fall zeigen, was ich upgrade. Ja, ich habe mir jetzt mal jetzt ein Schreibtisch bestellt, was jetzt morgen oder übermorgen kommen sollte. Deswegen dachte ich mir, fangen wir schon mal an, meinen Schreibtisch auseinander zu bauen und rauszubringen. Und ich habe auch einen Fernsehschrank passend zu dem Schreibtisch geholt. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob ich euch das jetzt schon zeigen soll oder ob ich das erst später erst zeigen soll. Weil ich habe auch aufgenommen, wie ich das zum Beispiel zusammengebaut habe. Also wenn, dann blende ich das hier ein. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auseinanderbauen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich. So Leute, mein Schreibtisch ist auch angekommen. Also mein Schreibtisch zeige ich euch später nochmal. Ich mache später ein Montage, wie ich alles zeige. Ich hatte auf jeden Fall einen Schreibtisch bestellt und eine Gaming-Tastatur und ein Mauspad, was auch angekommen ist da, was wir jetzt gemeinsam auspacken werden. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Mauspad an. Und auch übrigens Leute, ich werde auch im Server am Samstag zum Mediamarkt fahren und zwei Monitore holen. Also es ist jetzt noch nicht ganz fertig. Ich habe hier ein bisschen zu wenig Platz, wegen dem Laptop. Weil wenn ich das jetzt hier hin stelle, dann ist es so. Also deswegen Monitor wird ja eh nur bis hier hin oder so sein. Deswegen passt das dann auch. Aber damit ich es euch zeigen kann, wie das Ganze aussieht, packen wir das hier jetzt schon mal aus. Wir haben ja auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Und ja, jetzt packen wir mal die Tastatur. Ja, sieht das geil aus. Auf jeden Fall warten wir jetzt bis Samstag, weil ich dann Samstag meine Monitore, zwei Monitore holen werde. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall dann. Für euch sind es jetzt ein paar Sekunden, aber für mich sind es jetzt drei Tage. Oder wir haben Donnerstag, was ist das? Zwei Tage. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bis gleich. So Leute, wir haben hier jetzt zwei Monitore geholt. Und zwar sind es zwei. Seid mal ganz kurz. Kameramann. Mein Kameramann heißt übrigens Khedr. 24 Zoll Monitore, zwei Stück, einmal hier und einmal da. 27, aber okay. Ja, 27, habe ich schon gesagt. Und Leute, jetzt kommt das krasseste Leute. Und zwar hat mein Vater mir einfach eine Überraschung gemacht. Und zwar Leute, hat er mir einen Gaming-PC geholt. Wir packen auf jeden Fall jetzt zwei Monitore aus. Dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich. Dann sehen wir uns auf jeden Fall. Nachdem ich das alles ausgepackt habe und aufgebaut habe. So Leute, ich habe jetzt auch noch eine Webcam bekommen für meine Livestreams. Die meine Livestreams verfolgen, wissen auf jeden Fall Bescheid. Demnächst wird auf jeden Fall bessere Qualität kommen bei meinen Streams. Wir packen das Ganze auf jeden Fall jetzt mal aus. Einen Moment. So, hier ist die Kamera. Ich sehe die jetzt auch gerade zum ersten Mal. Und so sieht die Kamera aus. Ja, wie befestige ich das? Ich muss auf jeden Fall noch schauen, wo ich meinen PC hinstellen werde. Weil wegen den ganzen Kabeln hier. Es sieht ja ein bisschen blöd aus, wenn hier überall die Kabeln hier rumliegen. Und deswegen überlege ich, dass ich meinen PC hier irgendwie hier hinstelle oder so. Weil ich will das jetzt nicht unten hinstellen. Weil das sieht einfach richtig geil aus, Leute. Wenn ich das hier einschalte. Ich weiß nicht, dass ich das hier einschalte. Ich weiß nicht, dass ich das hier einschalte.